Musik Mein Name ist Marc Schwamberger und ich bin der Regional Director of Sales and Marketing der Liger Hotels. Die Liger Hotels zeichnen sich durch ein modernes Design, innovatives Zimmerkonzept mit offenem Bad und vor allem sehr persönlichen Service aus. Wir arbeiten seit 2011 mit Coupons zusammen, um die schwachen Sommermonate sowie die Wochenende besser auslasten zu können. Unsere Ergebnisse sind hervorragend. Wir haben es unter anderem in Tuttlingen zum Beispiel geschafft, mit einem Sommerspecial eine Auslastung von über 50% zu fahren. Unsere Kampagnen bestehen aus drei Packages. Einmal ganz klassisch Übernachtung Frühstück. Dann haben wir ein spezielles Romantic Package, in dem wir unsere größeren Zimmer mit Badewanne vermarkten. Und als drittes Package das Destination Package, in dem wir das Design Hotel zwischen Bodensee und Schwarzwand vermarkten. Das Gästefeedback ist sehr positiv. Durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis schaffen wir es jedes Mal wieder, die Gäste auf ein neues zu begeistern. Ich empfehle den anderen Coupon-Partnern, ihre eigenen schwächeren Perioden zu kennen, die richtigen Pakete zu schnüren und vor allem mit ihrem Coupon-Ansprechpartner die bestmöglichen Schaltungstermine vorab zu definieren. Die Kooperation mit Coupon ist ausgezeichnet. Es herrscht eine unkomplizierte und reibungslose Kommunikation. Zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, dass Coupon es uns ermöglicht, unseren Gäste- und Kundenstamm im Freizeitbereich weiter auszubauen und diesen auch für Direktvermarktungsaktionen zu nutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017